Eishockey-Spieler sind einfach Wettkampftypen. Jauza! Habt ihr das drauf? Aber klar, die Trickshot-Challenge. Sauber, noch mal weiter. Mit Frederik Ziffels. Boah, Junge. Und Leon Dreisheim. Jetzt muss ich performen. Nein! Eins, zwei. Einmal konzentrieren jetzt. Ja, komm, wir müssen echt mal einmachen. Trainieren bis zur Perfektion. Jauza! Kontativ ist, Dreisheim geht zum Tor. Aus der Luft! Fast! Fast für ein Tor von Leon Dreiseitel! Jau! Ciao! Boah! Wie weit? Ah, Stopp! 340. Um den Dreh. Ich seh schon, habt ihr den Ehrgeiz schon gefunden? Wie weit ist denn der Ehrgeiz schon im Eishockey da? In der Vorbereitung? Jetzt dürft ihr ja jeden. Ja, man muss jetzt dazu sagen, ich hab das vorher noch nie trainiert. Nee, so noch nicht. Na dann, auf zur nächsten Challenge. Ein Paar Drei-Loch. 110 Meter mit dem Eishockey-Schläger. Die Herangehensweise ist schon mal unterschiedlich. Der ist gut. Der kommt. Mit der Lachdach. Ja, der kommt. Gut. Erster Schlag. Die Fahrer ist noch drin. Schlag Nummer zwei. Nein. Zorce. Zorce. Boah, der ist hier drüber geholt. Nein, du arme Sau. Freddy muss gleich noch mal ran. Oh. Das ist ein schnelles Grün. Und Leon? Alles gut? Der spielt echt ein Paar jetzt hier. Die Riesenchance. Na, Jungs. Und dann doch nur ein Bogey. Das ist der vierte jetzt. Rückhandklapp immer besser. Und Freddy? Oh. Stark! Ein Wahnsinns-Putt. Also beide vier. Unentschieden auf dem Goldplatz. Zwischen Frederic Tepes und Leon Dreiseite. Ja, ich hab's dir gefreut.